Heute geht es um VTest und wie wir das Ganze in unserer Entwicklungsumgebung einbauen können. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um VTest. Das ist ein Test-Framework, was ziemlich neu ist und was ein Standard oder das neue Default für Vue, aber auch halt für VTest. Das Ganze werden wir uns heute mal angucken, wie wir das Ganze einbauen, wie wir das Ganze benutzen und wir werden einige exemplarische Beispiele für Unit-Tests besprechen, auch etwas komplexere, nicht sowas wie A plus B kommen zwei raus oder so, sondern wirklich ein bisschen komplexere Setups. Das Ganze werden wir uns heute angucken. Wenn ihr Fragen oder Probleme dazu habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Dort können der Community folgen, könnt ihr Hallo sagen, euch mit Gleichgesinn austauschen, Fragen stellen oder einfach mal eine Runde zocken. Ansonsten legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit einigen Vor- und Nachteilen und zwar das Erste, was wir uns hier angucken, sind natürlich die Vorteile. Und zwar hier die Geschwindigkeit. VTest ist im Vergleich zu anderen Test-Runnern sehr, sehr, sehr schnell. Das ist dem Grundsatz von HMR, also Hot Modular Replacement geschuldet, was ja auch dieselbe Grundlage ist, warum VT so schnell ist im Vergleich zu anderen Bildtools. Und VTest nutzt quasi exakt dieselbe Technologie. Das heißt, im initialen Run ist VTest gar nicht so viel schneller als andere Test-Frameworks, allerdings vor allem in den Watch-Runs, also in den Runs, die danach kommen, die beispielsweise nur durchlaufen, wenn ihr bestimmte Files geändert habt. Dort glänzt VTest mit einer enormen Geschwindigkeit und in der Videobeschreibung ist auch ein Benchmark verlinkt, wo jemand das mal ausprobiert hat und einen wirklich guten Vergleich geschrieben hat. Dort seht ihr, wie viel schneller es ist und ich kann diese Benchmarks, die er dort zeigt, in meinem persönlichen Empfinden auch definitiv so unterschreiben. Der nächste Vorteil ist, es ist perfekt für VT. VT haben wir als neue Standard-Entwicklungsumgebung auf diesem Kanal integriert und VTest setzt genau hier an. Also VT und VTest bauen auf denselben Konfigurations-Files auf, sind perfekt ineinander verschachtelt und nutzen dieselben Grundstrukturen. Das heißt, wenn ihr VT als Beispiel für euren Buildrunner nutzt, ist VTest die perfekte Ergänzung dazu, weswegen wir es uns auch in diesem Video angucken. Der dritte Vorteil ist, Jest ist die Syntax-Grundlage für VTest. Jest sollte vielen von euch schon ein Begriff sein. Das ist wohl mit Abstand das verbreitetste Frontend-Unit-Testing-Tool, was es so gibt, also vor allem im JavaScript-Umfeld. Und hier muss man sagen, VTest setzt hier auf. Also ihr könnt einen Großteil der Syntax 1 zu 1 übernehmen und viele andere Teile von bestimmten Funktionen sind sehr einfach anzupassen. Zum Beispiel gibt es ja Jest.fn, was ja eine Funktion mockt. Bei VTest heißt das einfach nur V.fn und ihr müsstet damit einfach nur Jest durch VI ersetzen und damit würden eure Tests wieder durchlaufen. Das gilt natürlich nicht für jede Funktion, aber für einen absoluten Großteil. Und damit ist ein Umzug von Jest zu VTest sehr, sehr einfach und häufig sehr unkompliziert. Der letzte Vorteil für alle von euch, die Vue nutzen, ist das neue Default. Ihr solltet also auf jeden Fall VTest angucken, wenn ihr Vue mit Vue arbeitet, neuem Projekt in Vue verwendet, weil es hier einfach das neue Default ist, es perfekt mit Vue und damit auch mit VTest funktioniert und eine super Ergänzung ist im Vergleich zu beispielsweise Jest oder anderen Testrunnern. Natürlich gibt es auch einige Nachteile und der wohl größte Nachteil ist meiner Meinung, dass es aktuell noch in der Beta ist. Auf der Seite von Vue wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass es in der aktiven Entwicklung ist und dass sich noch ganze Konzepte oder auch Funktionen, Benennungen ändern können. Das ist leider die Wahrheit. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder in privaten Projekten festgestellt, dass Funktionen verbuggt sind, dass sie nicht korrekt funktionieren. Es kommen sehr schnelle Updates und Bugfixes raus, teilweise an einem Tag mehrere Bugfixes. Allerdings dauert es wohl noch etwas, bis das Ganze wirklich stabil in der ersten stabilen Release-Version veröffentlicht wird. Aber es lohnt sich auf jeden Fall schon mal reinzugucken, vor allem wenn eure Projekte vielleicht nicht darauf angewiesen sind oder riesengroße Enterprise-Projekte sind, die unbedingt Testabdeckung benötigen. Damit würde ich vielleicht noch ein bisschen warten, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und wenn ihr aktuell nicht darauf angewiesen seid, dass die Tests immer perfekt laufen, dann ist es auf jeden Fall auch eine Überlegung wert zu wechseln, weil es bisher ziemlich gut funktioniert, wie wir uns später auch noch angucken werden. Der zweite große Nachteil ist, es gibt aktuell noch einige fehlende Edge-Cases. Bei Jest, das ist ein Test-Run-Tool, was schon lange verbreitet ist, gibt es verschiedene Plugins und verschiedene andere Tools, die schon perfekt für bestimmte Edge-Cases optimiert sind. Zum Beispiel die Nutzung von Canvas innerhalb von Unit-Tests und so weiter. Das funktioniert teilweise noch nicht ganz so gut mit VTest. Das muss man im Hinterkopf haben, dass vielleicht bestimmte Edge-Cases oder bestimmte Tools, Libraries noch keine super Unterstützung für VTest haben und hier einfach noch ein bisschen Probleme bereiten. Das sollte sich in der Zukunft mit der wachsenden Community vereinfachen und ändern, aber muss man aktuell noch im Hinterkopf haben. Es gibt Edge-Cases, die ihr mit VTest einfach nicht abdecken könnt oder nur sehr, sehr komplex. Der letzte große Nachteil ist natürlich, es ist noch ein sehr neues Tool. Es gibt wenig Tutorials, wenig Kurse, aber das ändert sich. VTest ist auf jeden Fall in den Klammern Hypes der Entwickler angekommen. Es gibt jede Menge Artikel und neue Informationen darüber. Die Community steigt stetig und vor allem dadurch, dass es das neue Default von Vue sein wird, wird es hier sehr schnell Tutorials, Kurse und vor allem auch jede Menge wichtige Informationen und Artikel online geben. Das heißt, die Community wird sich bilden, aber es wird wahrscheinlich noch etwas dauern, bis es die Größe und den Support von beispielsweise Jest erreicht oder auch nur ansatzweise in die Nähe dahin kommt. So, natürlich wollen wir das Ganze jetzt auch einmal ausprobieren. Hier sehen wir die Seite von VTest. Wenn ich hier auf Get Started klicke und runterscrolle, sehen wir hier schon unseren MBM-Befehl. Diesen kopiere ich mir jetzt einfach einmal und gehe zurück in unsere Entwicklungsumgebung. Hier angekommen können wir jetzt hingehen und ich sehe, ich habe hier die Konsole schon offen. Den Befehl einfach einfügen und einmal installieren. In dem Moment wird VTest installiert und wir sehen hier die Package.json und die Package.log.json wurden angepasst und wenn ich hier runterscrolle, sehen wir VTest wurde hinzugefügt. Das Ganze ist ganz einfach und nicht wirklich schwer gewesen und mehr müssen wir hier auch gar nicht machen. Was wir jetzt machen müssen, ist quasi unsere Config anpassen. Der große Vorteil ist, wir haben hier ja schon unsere VT.config.js, in der wir unser VT Setup konfigurieren. Dazu wie gesagt mehr in dem Video und in der Videobeschreibung verlinkt, wo ich meine Standard-Entwicklungsumgebung erkläre. Aber was genau müssen wir hier jetzt machen? Dazu gehen wir nochmal zurück auf die Seite von VTest. So, hier wieder in der Dokumentation von VTest, wenn wir hier etwas runterscrollen, sehen wir hier unsere Config-Geschichte auch schon und wir können jetzt sagen, wir können einfach eine VTest.config machen, zum Beispiel so etwas hier. Wir können aber auch einfach hingehen und das Ganze in unsere VT.config integrieren. Hierzu müssen wir allerdings etwas ändern und zwar müssen wir hier dieses Import-Statement nehmen, das kopiere ich mir jetzt hier einfach mal raus und gehe zurück in unsere Standard-Entwicklungsumgebung. Und hier können wir jetzt hingehen und sehen, dass hier oben Define-Config aus VT kommt. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass das in Zukunft von VTest.config kommt, weil VT, wie gesagt, ein Teil von VTest ist und wir das jetzt übertragen, sodass wir hier drin sagen können Test und haben jetzt hier einen neuen Block in unserer Config und zwar können wir jetzt hier drin alles konfigurieren, was für unsere Tests relevant ist. Wir machen in diesem Tutorial hier gar nicht so viel, aber einige kleine Konfigurationsgeschichten wollen wir doch gerne anpassen. So, natürlich bietet VTest genau wie Jest eine ganze Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten. Die findet ihr auf der Dokumentationsseite hier oben unter Config und hier könnt ihr euch die alle mal durchlesen. Das empfehle ich auch jedem. Wir gehen jetzt natürlich nicht alle durch, weil das wäre einfach zu viel und manche davon sind wirklich sehr, sehr harte Edge-Cases, wo die wirklich Verwendung finden sollten. Prinzipiell ist die Default-Konfiguration von VTest für die meisten Projekte ausreichend. Wir wollen aber gerne noch ein bisschen was anpassen. Einmal Include und Exclude. Exclude werden wir in diesem Projekt nicht verwenden, aber Include werden wir ein bisschen präzisieren, weil ihr seht hier per Default sucht Jest in eurem gesamten Projekt jede Datei, die irgendwo im Mittelbereich entweder Test oder Spec hat und dann auf eine dieser Endungen endet. Das könnt ihr natürlich so belassen, allerdings wenn ihr zum Beispiel hier Dateien habt, die gar nicht berücksichtigt werden sollen, weil die zum Beispiel veraltet sind, weil ihr sie gar nicht nutzt, dann könnt ihr das Ganze auch viel präziser angehen und genau sagen, wie eure Tests oder wo eure Tests liegen. Und natürlich Exclude könnt ihr auch definieren, um zu sagen, welche Dateien zum Beispiel nicht berücksichtigt werden sollen, zum Beispiel wenn ihr einen Cypress-Ordner habt oder so etwas wie einen Mock-Opt-Server, wo ihr eure API faked. Außerdem wollen wir einmal Globals definieren. Globals ist quasi nur wichtig für Jest, weil Jest nutzt standardmäßig globale APIs. Das Ganze hat VTest standardmäßig deaktiviert und wenn ihr von Jest umzieht, ist Globals quasi eine Default-Einstellung, damit eure Tests in Zukunft weiterhin funktionieren. Außerdem wollen wir uns gerne die Reporters angucken, weil per Default ist halt Default eingestellt. Ich persönlich bin aber ein Fan von Verbose. Ihr könnt das natürlich anpassen und ich würde auch empfehlen, dass ihr quasi alle fünf einmal ausprobiert. Aber auch, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Custom-Reporter. Dazu werden wir in diesem Video auch nicht näher eingehen, weil das ein ganz eigenes Thema ist. Aber wie machen wir die Konfiguration? Dafür gehen wir zurück in unser eigentliches Projekt. Hier angekommen, können wir jetzt in unserem Test-Konfigurationsblock hier oben einfach sagen, okay, wir haben ein Include-Statement und hier ein Array aus Strings. Und hier, egal wo, irgendwo in unserem Projekt gibt es einen Ordner, der heißt JS und hier haben wir in Zukunft irgendwelche Test-Dateien, die in irgendeiner Form auf test.js enden. Wenn wir das Ganze speichern, sehen wir jetzt natürlich noch nichts. Wir haben ja auch keine solche Datei. Diese erstellen wir uns jetzt aber einfach, indem wir sagen main.test.js. Diese Datei, die wir hier gestellt haben, die aktuell noch leer ist, würde jetzt von diesem Include-Statement erfasst werden und wir können darin unsere Tests später definieren. Das nächste, was wir machen, ist wie gesagt Globals auf True setzen. Das ist einfach eine Standard-Variable, die ich jedem empfehle. Und hier würde ich auch sagen Reporters. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein String. Und hier sagen wir einfach Verbose. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Mehr müssen wir hier auch gar nicht machen. Das nächste, was wir nämlich machen, ist, wir öffnen hier einmal unsere Konsole und sagen jetzt irgendeine CLI-Geschichte. Aber Moment mal, haben wir überhaupt schon was definiert? Nein, haben wir natürlich nicht. Und zwar müssen wir hierzu in die Package.json und hier müssen wir in unserem Skript-Bereich etwas hinzufügen. Und zwar sagen wir jetzt hier einfach Test und sagen hier wie Test. Mehr müssen wir hier gar nicht machen. Das speichern wir so ab. Jetzt können wir etwas in unserer Konsole eingeben, nämlich npm run test. In dem Moment, wenn wir das machen, läuft wie Test durch. Man sieht auch hier, unsere Test-Suite wurde erkannt. Also js main.test.js wurde erkannt. Ist aber gefailt, weil es natürlich noch keine Tests gibt. Wenn wir hier jetzt reingehen und hier einfach mal einen Test definieren. Das machen wir einfach über Test. Hier nennen wir das jetzt einfacher Test und definieren uns wie auch in Jazz ganz normal einen Test-Block und sagen jetzt hier wie erwarten, also expect und hier das Statement true Punkt und dann to be true Sears. In dem Moment, wenn wir das abspeichern, sehen wir unsere Tests laufen jetzt auch erfolgreich durch. Wir sehen jetzt auch hier so ein kleines Häkchen, dass der Test oder die Test-Suite main.test.js und hier der Test einfacher Test erfolgreich durchgelaufen ist. Das zeigt er uns auch mit viel grüner Farbe an und jetzt hört er im Hintergrund darauf. Was heißt, wenn wir beispielsweise in unserer Main jetzt ein Console.log schreiben würden und hier schreiben wir einfach Test, dann läuft im Hintergrund der Test durch und ist jetzt quasi zweimal durchgelaufen. Aber das sind natürlich keine richtigen Tests. Hierzu kommen wir jetzt, indem wir uns mal ein kleines Beispiel aufbauen und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze wirklich effizient gemacht werden kann, auch mit ein bisschen komplexeren Setups. Als erstes erstelle ich mir hier eine Function, die nennen wir einfach add. Die erwartet zwei Parameter von uns, nämlich a und b und was diese Funktion macht, sie returnt uns etwas, nämlich a plus b. Also einfach die Summe von a und b. Mehr müssen wir ja gar nicht machen. Allerdings würde jetzt unser Test-Framework diese Funktion nicht erkennen bzw. nicht nutzen können. Deswegen müssen wir die exportieren. In dem Moment speichere ich das Ganze ab, gehe in unser main.test.js-File und sage hier Import und hier sage ich, würde gerne add, also unsere Funktion, die wir gerade erstellt haben, importieren. Und zwar von wo? In unserem Fall hat er schon automatisch hinzugefügt. Aus unserer main-Datei. Hier kann ich jetzt hingehen und sage, okay, wir haben einen Test und zwar Function add should return und dann sum. Das ist ja quasi einfach nur eine Funktion zum Aufsummieren von zwei Werten. In diesem Moment returnt uns das Ganze etwas und zwar sagen wir hier ja expect. Sollen wir natürlich auch richtig schreiben. Und zwar das add, zum Beispiel 1 und 2, uns zurückgibt und zwar to be 3, also die Summe. Man erwartet, dass uns diese Funktion die Summe zurückgibt. In dem Moment kann ich die Konsole noch einmal öffnen und hier einfach sagen npm run test. Und jetzt sollte das Ganze erfolgreich durchlaufen, wie es sie auch wunderbar tut, in 1,33 Sekunden. Und wenn ich jetzt hier irgendwas verändere, zum Beispiel sage, dass ich hier im Hintergrund ein Minus hinzufüge, dann fällt jetzt unser Unit-Test im Hintergrund, weil unsere Funktion ja erwartet, dass wir etwas aufsummieren. Das Ganze aber nicht aktuell der Fall ist, weil wir hier etwas substrahieren. In dem Moment haben wir hier quasi das Ergebnis, dass wir minus 1 bekommen und nicht das erwartete Ergebnis 3. Damit hat unser Unit-Test uns gerade vor einem Bug bewahrt. Wenn wir das Ganze jetzt ändern, abspeichern, dann laufen unsere Tests auch wieder erfolgreich durch. So, dann legen wir mal los mit dem deutlich interessanteren bzw. realistischeren Beispiel. Und zwar haben wir hier ein Axios-Request. Axios ist ja einfach ein Framework zum Abfragen von Daten von einem Server. Wir haben hier eine Funktion. Diese Funktion nennen wir einfach mal Products oder GetProducts. Das ist eine asynchrone Funktion, die wir natürlich exportieren, damit wir sie im Unit-Test auch verwenden können. Und hier drin erwarten wir einen Request. Dieser Request besteht einfach nur aus einem axios.getRequest gegen irgendeine Domain. Diese Domain ist komplett irrelevant für unseren Unit-Test, weil wir das eh mocken. Also wir werden ja gar nicht oder gar keinen Zugriff auf diese Domain haben. Allerdings bei euch sollte das natürlich die Domain sein und die Schnittstelle, die ihr auch wirklich ansprechen wollt. Das erste, was wir jetzt machen, hier haben wir eine if-Condition und zwar sagen wir, wenn unser Status-Code unseres Requests, also Request?status, wenn der 200 ist, also alles ist okay, dann wollen wir hier einfach direkt unseren Request?data returnen. Also wir wollen aus axios die Daten, die über unsere Get-Abfrage kommen, direkt zurückgeben. Also unser GetProducts gibt uns direkt die Daten zurück und wenn der Status-Code nicht 200 ist, also irgendwas nicht funktioniert hat, dann erwarten wir, dass wir hier eine Meldung bekommen, keine Produkte. Mehr machen wir hier gar nicht. Das ist eine ganz einfache Funktion zum Abfragen von Daten. Das geht natürlich noch leichter, aber es geht natürlich auch noch viel komplizierter, hängt ein bisschen von eurem Use-Case ab, aber es zeigt, wie wir gleich mit Axios und natürlich, wie Tests das Ganze mocken können. Und dafür gehen wir jetzt unsere Main.Test-Datei. Hier können wir jetzt das Ganze ein bisschen ausformulieren. So, in unserer Main.Test brauchen wir jetzt auch erstmal zwei Imports. Nämlich einmal erwarten wir unsere GetProducts-Funktion aus unserer Main-Datei, genauso wie Axios aus dem Node-Module Axios. Wir wollen aber später nicht direkt auf Axios zugreifen, weil wir erwarten in einem Unit-Test, dass von uns genutzte Module per Default funktionieren. Deswegen mocken wir uns das Ganze, um jede Art von Use-Case zu implementieren. Hierzu sagen wir vi-mock und hier können wir jetzt einfach sagen, wir wollen jetzt das Modul Axios mocken und hier können wir jetzt einfach unseren Mock-Case, was auch immer das sein soll, definieren. Das machen wir über diese Syntax und hier bauen wir uns jetzt Axios nach, nämlich mit Default und hier drin Get. Hier wollen wir jetzt unsere Get-Funktion in Axios mocken. Das machen wir einfach mit vi.fn. Und jetzt können wir in unserer Testdatei, sobald wir Axios benutzen, quasi nicht Axios direkt aufrufen, sondern wir rufen unseren Mock auf und können dann unseren Mock modulieren, wie wir auch immer möchten. Außerdem wollen wir eine weitere Datei, beziehungsweise nicht Datei, eine weitere Variable definieren, nämlich Mock-Data. Dabei handelt es sich einfach um ein Array aus drei Produkten. Die haben alle einen Namen, einen Preis und eine ID. Was da drin steht, ist relativ egal. So können wir aber kontrollieren, dass zum Beispiel der Response oder das Resolve-Value unseres Requests das ist, was wir auch erwarten, wenn wir quasi Axios später mocken. Aber jetzt wollen wir erstmal einen Test definieren und dieser Test hat natürlich einen Namen. Und zwar der erste Test-Case, den wir definieren wollen, also den ersten Unit-Test-Case ist, wir wollen kontrollieren, dass innerhalb von Get-Products Axios.get angesprochen wird und hier drin auch noch die korrekte Domain angesprochen wird. Weil es kann ja sein, dass ich zum Beispiel hier mal aus Versehen ein Zeichen falsch lösche oder hinzufüge oder so etwas und dann würde diese Funktion ja nicht mehr funktionieren und das wollen wir abfangen über diesen Test-Case. Hierzu definieren wir uns jetzt natürlich einen neuen Test-Case. Da wir hier mit asynchronen Verhalten arbeiten, müssen wir das Ganze auch hier mit Async definieren und können jetzt uns einen Spy erstellen. Das machen wir über eine Variable, const Spy Axios. Und hier können wir jetzt mit VI Punkt und sagen hier Spy On auf Axios hören und hier auf die Get-Funktion. Und wenn dieser Spy aufgerufen wird, können wir jetzt hingehen und das Ganze auch benutzen. Hierfür müssen wir natürlich erstmal unsere Funktion aufrufen und können jetzt sagen, okay, wir haben hier Expect. Wir erwarten, dass unser Spy, also Spy Axios, aufgerufen wird, nämlich mit to have been called with. Und zwar erwarten wir ja, dass unsere Funktion axios.get aufgerufen wird und zwar mit unserer URL, die wir dort drin definiert haben. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und ich das Ganze hier unten mal öffne und mit npm run test das Ganze ausführe, dann sollte das jetzt hier funktionieren und wir haben hier wunderbar unser Test erfolgreich ausgeführt. Also das funktioniert. Wenn ich jetzt hier hingehe und zum Beispiel diesen Bindestrich hier rauslösche, das Ganze abspeicher, dann scheitert das, weil er hier erwartet, dass unser Ergebnis, den wir definiert haben, also to have been called, dass das hier erwartet, dass das das ist, aber es ist es nicht, weil hier fehlt der Bindestrich. Und das ist ja korrekt, weil er hat uns so vor einem Wack in unserer Anwendung gewahrt, weil wir erwarten, dass hier ein Bindestrich ist. Nächster Test, den wir haben, der ist ganz ähnlich aufgebaut und zwar kopieren wir uns das einmal, löschen das hier aber komplett raus und sagen jetzt auch, wir haben hier ein bisschen andere Namen natürlich, weil Tests sollten ja aussagekräftig sein. Deswegen sagen wir fn get products should return data from API. Was soll dieser Test kontrollieren? Unsere Funktion liefert ja bei einem Request.status 200 direkt die Daten zurück und das wollen wir jetzt testen. Also wenn alles korrekt ist, dann sollen Daten zurückkommen. Wir wollen aber in unserem Unit Test natürlich nicht direkt mit dem Backend sprechen, weil einmal weiß man gar nicht, ob während dem Ausführen unserer Unit Test das Backend überhaupt da ist. Außerdem wollen wir ja einen bestimmten Request zurückbekommen und nicht zum Beispiel unterschiedliche Produkte, die sich ja in der realen Umgebung unterscheiden würden. Hierzu definieren wir uns jetzt axios.get. Aber axios.get, wie wir wissen, ist nicht direkt axios, sondern unser Mock. Was heißt, wir können jetzt hier einfach durch vi.fn unser ResolveValue mocken. Deswegen sagen wir jetzt Mock und hier ResolvedValue und hier drin erwarten wir ein Objekt. Und zwar Axios gibt uns standardmäßig einen Status-Code zurück. Wir wollen jetzt ja das erfolgreiche Ergebnis, also Status 200 mocken. Und Data wollen wir ebenfalls mocken, nämlich mit unserer MockData. Das ist hier oben definiert und damit haben wir jetzt quasi, sobald axios.get angesprochen wird, wird automatisch das, was hier in diesem Objekt steht, zurückgegeben. Wir können jetzt also hingehen und uns wieder ein Expect definieren. Und zwar sagen wir jetzt hier Expect. Und wir erwarten hier, dass unser GetProducts, wenn wir das aufrufen, etwas returned. Und zwar sagen wir Punkt to strictly, nee, to strict equal und dann MockData. Das Ganze speichern wir jetzt ab, machen das hier mal kurz auf. Unsere Tests sind im Hintergrund durchgelaufen. Das Ganze hat wunderbar funktioniert. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen würden und wir verändern irgendetwas, also beispielsweise hier sagen wir, wir wollen eigentlich direkt unseren Request zurückgeben, dann würde das Ganze wieder failen, weil es halt erwartet, dass direkt die Daten zurückbekommen und nicht quasi der gesamte Request. Damit hatten wir quasi den nächsten Use Case oder die nächste Funktion abgedeckt. Was wir jetzt aber natürlich auch noch haben, wir haben ja die Situation, dass wenn der Status-Code nicht 200 ist, dann erwarten wir, dass eine Meldung zurückbekommt. Hierfür kopieren wir uns das auch komplett, schreiben das hier unten rein, haben dann natürlich eine andere Testbeschreibung und sagen hier, okay, GetProducts should return String if there are no products. In unserem Fall sagen wir jetzt hier, als Status-Code geben wir 404 mit und unsere MockData-Information ist ein leerer Array. Wenn wir das Ganze hier jetzt aufrufen, dann erwarten wir nicht, dass das quasi gleich unserer MockData ist, sondern wir erwarten to be und hier einfach nur einen String und zwar keine Produkte, weil genau das ist ja das, was wir hier oben auch definieren. Das heißt, wenn der Status-Code irgendwas anderes außer 200 ist, kommt das zurück und unsere Tests laufen auch erfolgreich durch. Sobald ich jetzt hier aber zum Beispiel den Text verändere, wird das Ganze failen, weil der Code nicht mehr gleich ist. Und damit haben wir so die Basics unserer kleinen Funktionen hier getestet, die ein bisschen komplizierter sind als A plus B. Allerdings ist das natürlich noch weit davon entfernt, reale Beispiele abzudecken. Wenn ihr beispielsweise mal mit Vue einige richtige Unit-Tests sehen wollt, wie man auch etwas wie zum Beispiel Punkt, also so Click-Events oder Mouse-Over-Events oder Datenabfragen oder solche Geschichten abtesten kann, dann schreibt das einfach mal in die Videokommentare. So, das Letzte, was uns noch fehlt, ist, wir haben hier unsere Funktion GetProducts. Die haben wir jetzt ja komplett getestet und wir wollen jetzt auch erfassen, ob wir wirklich alles getestet haben oder ob wir irgendwelche Code-Bestandteile noch gar nicht getestet und komplett übersehen haben. Hierfür müssen wir natürlich irgendwie die Coverage erzeugen. Die Coverage zu erzeugen ist in VTest per Default möglich, indem wir hier einfach einen neuen Befehl in unserer Package.json definieren. Hier sagen wir Coverage, VTest, Run und dann fügen wir einfach eine Flag mit Coverage an. Wenn ich das Ganze jetzt speichere und hier einfach sage NPM, Run und sage Coverage, dann läuft das Ganze jetzt einfach durch und in diesem Moment sehen wir 100% Abdeckung. Das hat alles wunderbar geklappt. Also alle unsere drei Tests sind erfolgreich durchgelaufen. Und wir haben hier auch wirklich 100% Abdeckung. Allerdings können wir das Ganze auch noch ein bisschen schöner anzeigen. Nämlich hier im Datei Explorer sehen wir jetzt einen Ordner Coverage. Hier gibt es eine Index.html und wenn wir diese einmal öffnen, sieht das Ganze so aus. Die Main.js sehen wir als unsere einzige JavaScript-Datei, die getestet wurde. Hat 100% Abdeckung. Wenn ich hier reingehe, sehen wir überall alles, was wir an Code haben, wird durch irgendwelche Unit-Tests abgedeckt. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn das Ganze nicht perfekt abgedeckt ist? Hierfür bin ich jetzt noch einmal in unserer Main.test-Datei und kommentiere uns einfach mal unseren positiven Test aus und führe jetzt hier noch einmal die Test Coverage aus. Wenn ich das Ganze gemacht habe, sehen wir, dass das hier jetzt nicht mehr 100% Abdeckung hat. Und wenn ich das hier drin einmal aktualisiere, sehen wir, okay, diese Zeile hier, Return Request, wurde noch gar nicht getestet. Also die wird gar nicht überprüft, ob das Ganze wirklich zurückkommt. Und auch hier sehen wir, dass diese Datei, diese Testsuite noch nicht so richtig gut getestet ist. Und so könnt ihr quasi in eurem gesamten Projekt sehen, ob ihr irgendwo Code habt, der einfach noch nicht korrekt getestet wurde und wo vielleicht noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden müsste. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort auch Social Media und ganz viele verschiedene Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.